Ja, heute hier einmal vor so einer großen Kulisse gespielt, auch für Fortuna Köln, schöner Saisonabschluss. Auf jeden Fall. Erstmal Glückwunsch an RWE, wir haben es verdient, die ganze Saison gut gespielt. Bei der Kulisse hier haben wir es verdient, oben zu spielen und ja, Glückwunsch. Ein verdienter 3-0-Sieg? Ja, ich denke schon. Wir haben die Partie die ganze 90 Minuten ruminiert und deswegen denke ich auch vollkommen in Ordnung. Leider habt ihr den Aufstieg nicht erreicht. Wie sieht die Zielsetzung für die kommende Saison aus? Hat man da schon irgendwelche Planungen? Ja, ich denke dadurch, dass nächstes Jahr sechs Mannschaften aufsteigen, muss Fortuna natürlich auch dabei sein. Die wollten eigentlich dieses Jahr schon aufsteigen, das ist leider nicht gelungen aufgrund der durchwachsenden Hinrunde. Ja, und nächstes Jahr muss es dann noch aufsteigen. Feiert man heute nochmal mit? Ja, wir haben gleich noch einen Saisonabschluss in Köln, da wird noch ein bisschen gegrillt und wir haben mit Fans und Freunden und Familie ein bisschen gefeiert. Und ich denke, das war ein Rundeabschluss auch für uns. Dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Mannschaft viel Spaß beim Feiern.